Herr Riester, herzlich willkommen bei der V-Finanz. Ich freue mich sehr, dass Sie heute bei uns sind. Wir haben im Vorfeld unsere Kunden gebeten, Fragen an Sie zu stellen. Da sind ganz viele spezifische Fragen dabei gewesen, die wir vorab auch per Mail beantwortet haben. Aber zu ein paar grundsätzlichen Themen wollen wir jetzt ein paar direkte Antworten geben. Und da hat mich vor kurzem mein Makler gefragt, Riester, lohnt sich das eigentlich nicht nur dann, wenn ich mindestens zwei Kinder habe? Also da ist zuerst mal richtig, für diejenigen Eltern, die zwei Kinder haben, für diese Ausgaben zusätzlich haben, lohnt es sich besonders, weil der Gesetzgeber gesagt hat, diese zusätzlichen Ausgaben, die sie haben, die wollen wir auch mit zusätzlicher Unterstützung honorieren. Machen wir mal ein Beispiel. Nehmen wir eine Familie, der Vater verdient ein Jahresgehalt von 30.000 Euro. Die Mutter ist nicht erwerbstätig, sind zwei Kinder da, eins, zwei, eins, vier Jahre. Nun funktioniert das mit der Riester-Rente ja so, wenn Sie vier Prozent vom Vorjahreseinkommen sparen, wären in unserem Fall 1.200 Euro. Dann bekommen Sie die volle Förderung. Und jetzt gucken wir uns an, wie die Förderung ausschaut. Zuerst mal bekommt Vater und Mutter jeweils 154 Euro. Das ist die Grundzulage. Und jetzt, an unserem angesprochenen Beispiel, für jedes Kind zusätzlich 300 Euro. Dann sagen wir 908 Euro Förderung. Das heißt, die Differenz, die jetzt noch einzubringen wäre, auf die 1.200 Euro, sind 282 Euro. Die Mutter muss nur 60 Euro selbst bezahlen. Das heißt also, wir haben mit einem kleinen Sparbetrag, der weniger wie 30 Prozent des Sparvolumens ist, 1.260 Euro. Das ist eine tolle Geschichte. Also insofern hat er natürlich recht, der mit Ihnen gesprochen hat, dass wir dort besonders unterstützen. Jetzt schauen wir uns aber ein Gegenbeispiel an. Nehmen wir mal einen Single, der sehr gut verdient. Also hier im Münchner Raum gibt es die ja auch. Lohnt sich für den Riester. Sagen wir mal, der verdient 53.000 Euro Jahresgehalt. Und jetzt wird was Interessantes. Die Förderung bei Riester ist einerseits Zulage, aber andererseits auch Steuerrückerstattung. Der hat, den wir mal als gewählt haben, hat einen Grenzsteuersatz von 42 Prozent. Mit dem Sollisten ist es 45 Prozent. Das bedeutet, von den 2.100 Euro, die der spart, bekommt er 45 Prozent oder 945 Euro vom Finanzamt rückerstattet. Das ist doch eine tolle Geschichte. Also 45 Prozent für eine Anlage zu bekommen, halte ich für klasse. Und daran sehen Sie die Kombination von Zulage einerseits, Steuerrückerstattung andererseits, deckt ein breites Spektrum ab. Dann haben wir da jetzt ja ein relativ breites Spannungsfeld. Also es gibt die Zulagenförderung und ich habe eine steuerbegünstigte Kapitalanlage fürs Alter. Wenn ich jetzt aber so ein klassischer Fall, den es oft gibt, und ich kann mir das gar nicht leisten mit der Sparrate. Ich bin eine alleinerziehende Mutter, habe zwei Kinder und am Ende sogar noch Teilzeit beschäftigt. Also ich habe wirklich Schwierigkeit, diese Sparrate überhaupt aufzubringen. Ist das dann noch ein sinnvolles Produkt? Also zuerst mal, Sie haben recht, das ist eine sehr verbreitete Annahme. Aber jetzt schauen wir mal, wie der Gesetzgeber hier die Förderung hat. Nehmen wir die alleinerziehende Mutter, nehmen wir es gerade mal an, das sind zwei kleine Kinder, zwei und vier Jahre. Nochmal ein Beispiel. Und die hat nur ein Teilzeiteinkommen von 10.000 Euro im Jahr. Vier Prozent wären 400 Euro, die zu sparen sind. Jetzt schauen wir die Förderung an, die die Mutter bekommt. 154 Euro für sich, zweimal 300 Euro für die Kinder. Jetzt sind wir schon bei 774 Euro, also weit über den 400 Euro. Und von ihr wird nur abverlangt, einen Mindestbetrag von 60 Euro im Jahr zu sparen. Und sie hat also insgesamt 814 Euro auf dem Konto. Wenn Sie da mal die Förderquote hochrechnen, dann merken Sie, über 90 Prozent des, was aufs Konto kommt, ist staatliche Förderung. Wenn die jetzt, die wird jetzt älter. Und kriegt irgendwann eine Grundsicherung, weil sie hat immer nur Teilzeit gearbeitet, hat eine geringe Rente. Hat die da nicht umsonst gespart? Das Argument kenne ich, deswegen habe ich schon gleich gelacht. Wird häufig verwendet, ist trotzdem absolut falsch. Zuerst mal, was ist die Grundsicherung? Grundsicherung bekommen bedürftige Menschen im Alter, deren Einkommenssituation so nieder ist, dass das Existenzminimum nicht gedeckt ist. Und da sagt der Gesetzgeber, die Differenz zwischen dem eigenen Einkommen und dem Existenzminimum wird dann ausgeglichen durch die Grundsicherung. Ich habe das damals als Minister eingeführt, deswegen kenne ich es sehr genau. Ist auch richtig und notwendig. Und diese Kritik an Ihrer Frage sagt dann, ja, dann spare ich doch besser gar nicht und nehme möglichst hohe viele Sozialhilfe mit. Das trifft in mehreren Punkten völlig daneben. Erster Punkt. Die meisten Menschen sind nicht in Dauer ihres Lebens im geringfügigen Arbeitsverhältnis. Wenn Sie heute am 30- oder 40-Jährigen sagen, der geringfügig ist, spare auf keinen Fall, dass du möglichst hohe Sozialhilfe bekommst, ein perverser Rat. Und er bekommt sie da nicht. Dann haben Sie eine Fehlberatung gemacht. Nächster wichtiger Punkt. In der gleichen Argumentation müssten Sie jedem Geringverdienenden sagen, du, mach auf keinen Fall eine sozialversicherungspflichtige Arbeit, also unter uns gesagt, Hartz IV oder Schwarz, dann zahlst du nicht in die Rennversicherung rein, bekommst du keine Rente, eine möglichst hohe Sozialhilfe. Sie merken jetzt schon, wie pervers das ist. Das kommt aber ein wichtiger anderer Punkt dazu. Nur 2,8 Prozent der über 65-Jährigen bekommen überhaupt Grundsicherung. Daran sehen Sie schon, welch kleiner Teil das ist. Und jetzt kommt etwas, was ich befürchte, das werden zukünftig wesentlich mehr. Warum? Wenn wir viel mehr in geringfügigen Arbeitsverhältnissen haben, längere Zeit der Arbeitslosigkeit. Und jetzt hat die Arbeitsministerin, die Frau von der Leyen, einen Vorschlag gebracht, den ich von der Richtung her absolut richtig halte. Sie sagt, um genau ihrer Frage zu begegnen, da eine Lösung anzubieten, wer lange Zeit in der Rentenversicherung einzahlt, aber bloß niedere Einzahlungen gemacht hat und, das ist jetzt wichtig, gleichzeitig die Möglichkeiten der Unterstützung des Riester-Sparens macht und das auch macht und gleichwohl so eine geringe Rente hat, die man bis jetzt in Grundsicherung ausstupft, der soll eine Zuschussrente bekommen, die um mindestens 100 Euro darüber liegt. Guter Vorschlag und löst genau das Problem. Aber man muss natürlich die Sparmöglichkeiten dann auch ergreifen, die man hat. Also so gesehen ein Produkt für eine sehr breite Masse an Leuten. Eigentlich kann das jeder optimal nutzen. Leider wird die Masse immer breiter. Wir haben oft den Kostenvorwurf im Raum stehen. Ist denn, wenn man die Riester-Rente im Vergleich zu anderen Produkten aus der Lebensversicherung oder aus Kapitalanlageproduktsicht sieht, wie ordnet sich das kostenseitig ein? Zuerst mal, glaube ich, muss man ehrlicherweise sagen, wie bei anderen Produkten auch, es gibt nicht nur gute Produkte, empfehlenswerte Produkte, sondern es gibt auch Produkte, die weniger empfehlenswert sind. Das ist als Vorbemerkung. Aber jetzt auf den Kern Ihrer Frage gehen. Die Betrachtung ist völlig richtig, wie Sie es schon hier in der Frage gestellt haben. Vergleichen wir es mal mit anderen Produkten. Wir haben vier Sparformen, die mit Altersvorsorge in diesem Gesetz begünstigt werden. Die Versicherungsform, das Investmentsparen, den Banksparplan und neuerdings auch den Bausparvertrag. Und jetzt betrachten wir diese vier Produkte. Welche Kosten haben Sie ungefördert? Ich sage Ihnen mit Sicherheit, obwohl ich nicht jedes einzelne Produkt kenne. Eine kapitalgedeckte Lebensversicherung, die nicht gefördert ist, hat mindestens die gleichen Kosten wie ein RISTA-Vertrag. Ich sage Ihnen jetzt mit absoluter Sicherheit, weil ich es kenne. Der größte Anbieter des Investmentsparen, den ich kenne, verlangt für das ungeförderte Investmentsparen nach Rentenpapiere 0,6 und mit Aktienpapieren 1,2 Prozent Verwaltungskosten. Exakt die gleichen Kosten beim RISTA-Sparen, obwohl er natürlich wesentlich stärkere Aufwendungen hat. Er muss die Zulagenbeantragung machen, all das. Gehen Sie heute und machen einen Banksparplan bei einer Sparkasse oder Genossenschaftsbank. Dann sage ich Ihnen mit Sicherheit, das kann ich auch, weil ich es kontrolliert habe. Sie zahlen beim ungeförderten ganz normalen Banksparplan die gleich geringen, im Regelfall gar keine Kosten. Manchmal sind es 10 Euro im Jahr, wie beim geförderten RISTA-Vertrag, obwohl Sie die ganze Förderung draufhaben, obwohl die ganzen Aufwendungen sind. Und beim Bausparvertrag, das hat das Volk meistens gelernt, ist es ein Prozent der Abschlussgebühr. Beim Ungeförderten und Geförderten. Sie sehen an den Beispielen, für die RISTA-Förderung und die damit verbundenen Auflagen und Tätigkeiten geht kein Mehr an Kosten raus. Nun betrachten wir den größten Komplex der Rentenbildung, die deutsche Rentenversicherung, die, ich meine zu Recht zuerst mal, sagt, wir haben einen ganz geringen Kostenaufwand, nämlich 1,5 Prozent. Ja, aber die mussten noch keinen Menschen in Deutschland überzeugen, bei Ihnen Mitglied zu werden, weil sie lauter Pflichtmitglieder haben, auch gar keinen Vertriebsaufwand haben. Das spricht nicht gegen Sie, aber das Sprecher ein bisschen dagegen ist, einen mit dem anderen zu vergleichen. Wenn wir aber Menschen überzeugen müssen und Nachfrage haben Sie in der Frage der Altersvorsorge nicht automatisch, es kollidiert ja immer mit unmittelbaren Wünschen, die Sie haben, die Rücklagen zu bilden, dann brauchen Sie auch Vertriebskapazitäten und Sie müssen die auch bezahlen. Also das zu dieser Kostenfrage. Ein wesentlicher Punkt ist ja das Thema Förderung in dem Produkt der RISTA-Rente. Können wir davon ausgehen, und ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Thema, dass diese Förderung denn dauerhaft bestehen bleibt, dass der Staat sicherstellt, dass die Förderung dauerhaft bleibt für die Zeit, wie ich diesen Vertrag habe. Und das ist ja ein sehr langlaufendes Produkt. Also ich bin mir da sehr sicher, und zwar aus folgenden Gründen. Erster Punkt, wir haben ja fast 16 Millionen Menschen, die nach dieser Form sparen. Stellen Sie sich mal vor, was passieren würde, wenn wir die Förderung einstellen. Es gibt ja ein paar, die das fordern. Ich bin überzeugt, die allermeisten Menschen würden sofort aus dem Sparvorgang aussteigen. Die Wirkung wäre katastrophal. In zweistelliger Milliardenhöhe müssten bisherige Zulagen und Steuerbegünstigungen rückbezahlt werden. Weißt du, was da los ist? Es geht aber weiter. Rund 100 Milliarden Kapital ist jetzt schon als Altersvorsorgekapital gebildet, das dann wieder in Konsum laufen würde. Da glaube ich nicht dran. Es gibt eine zweite Sache, die ich weiß. Die kann auch jeder nachkontrollieren. Wir geben ja Steuermittel in Altersvorsorge rein. Richtig und notwendig. Und jetzt schauen wir uns die beiden großen Komplexe an, die deutschen Rentenversicherungen und das ergänzende Vorsorgeversparen, das mit meinem Namen verbunden ist. Und ich habe mal zusammengezählt, die zehn Jahre, seit es die Riester-Förderung gibt, wie viel an Steuermittel hat der Bund in die deutschen Rentenversicherungen gegeben? Das sind 783 Milliarden Euro. Das war notwendig und richtig, will ich gar nicht kritisieren. Im gleichen Zeitraum ist für die Entwicklung von 16 Millionen Sparern sind 9,5 Milliarden Zulagen ausgegeben worden. Sie sehen also, wenn Sie das zusammennehmen, 1,2 Prozent für die ergänzende Vorsorge, 98,8 Prozent für die Rentenversicherung. Was notwendig ist, ich will das überhaupt nicht mit dem Vorwurf verbinden. Aber was Ihnen aufzeigt, welche enorme positive Wirkung von ergänzenden Vorsorgesparen wir mit relativ kleinen Mitteln gemacht hätten. Nun gibt es ja ein paar, die sagen, nimmt auch diese 1,2 und gibt es in die Rentenversicherung rein. Wenn man das Volumen der Rentenversicherung jährlich kennt, weiß man, dass dieses weder beim Beitrag noch bei der Leistung irgendeine Wirkung auslösen würde. Und aus diesen allen Gründen bin ich mir sehr sicher, dass wir diese Förderung beibehalten werden. Wie sicher ist denn die Finanzanlage selbst? Die Anlage selber, so sicher, wie man es machen kann, wissen Sie, eine absolute Sicherheit haben Sie nirgends. Das erleben wir noch nie so hart wie gegenwärtig bei der Finanzkrise, in der wir erstecken. Aber was kann man an relativ hoher Sicherheit machen? Das Produkt, habe ich damals ins Gesetz aufgenommen, muss der Anbieter garantieren, dass alle eingezahlten Beträge plus alle staatliche Förderung zum Auszahlungszeitpunkt als Mindestkapital da ist. Und dann unterhalten wir uns erst auf den Aufbau der Rendite. Was denken Sie, wie viele Kapitalanleger gerade in den letzten 5 Jahren froh gewesen wären, wenn ihr Kapital mindestens alles abgesichert gewesen wäre? Das ist ein ganz wichtiger Punkt, diese Garantie. Ich habe aber damals ins Gesetz auch etwas eingebaut und will das mit der Schärfe auch sagen. Wir haben ja bei vielen Langfristanlagen folgendes Problem, dass die Menschen aus welchen Gründen auch immer irgendwann aussteigen, vielleicht schon nach 2, 3, 4 Jahren. Und miese Verluste machen. Massenweise bei der Kapitallebenversicherung. Nun ist ein Rentenprodukt ein Langsparprodukt über Jahrzehnte. Deswegen haben wir damals eingebaut, wer vorher aussteigt und dieses Geld andersweitig verwendet, der muss die Zulagen zurückzahlen. Deswegen haben wir zwar Stornierungen drin, das war auch gewollt damals im Gesetz. Wir haben gesagt, man kann mit der Zahlung aussetzen, dann passiert einem gar nichts. Der Vertrag darf nicht gekündigt werden. Aber wir haben wenig reale Kündigungen. Gut für die Kunden, weil häufig meistens erst zu spät, wenn sie kündigen, dass sie dann natürlich zurückzahlen müssen. Also diese Sicherheiten haben wir damals ins Gesetz eingebaut und die sind relativ hoch. Das heißt, gerade weil es ein Langsparprodukt, ist es vielleicht auch für die Finanzkrise das richtige Produkt, in dem wir uns gerade ja befinden? Meiner Meinung nach absolut. Und das hat jetzt nichts mit beim Namen und dem Anlage des Produktes zu tun, sondern mit dem, was sie gerade als Langfristprodukt angedeutet haben. Schauen Sie, wir haben in der Vergangenheit immer Hochzinsphasen gehabt und wir haben Niedrigzinsphasen gehabt. Im Moment bewegen wir uns in einer extremen, langanhaltenden Niedrigzinsphase. Das trifft immer diejenigen, die zu diesem Zeitpunkt das Kapital realisieren wollen oder müssen. Im Altersvorsorge-Sparen auf eine zukünftige Rente ist der Sparvorgang bei einem 30-Jährigen über 30 Jahre. Und in den über 30 Jahren hat er Hochzinsphasen und Niedrigzinsphasen. Es gleicht sich also aus. Das Produkt hat also den großen Vorteil, dass es von so unmittelbaren Dingen bei weitem nicht so betroffen ist, wie ein Kurzfrisch-Sparen von 5 oder 10 Jahren. Viele Fragen, die da aufgekommen sind und auch viele Antworten und auch viele komplexe Antworten, wo man sagt, als Kunde verstehe ich das überhaupt? Und wenn ich so komplexe Förderungsrichtlinien habe, ist da nicht viel Verwaltungsaufwand drin. Wie löst man das mit dem Thema Information? Oder ist das nicht alles ein bisschen kompliziert auch für einen Anleger? Zuerst mal ja. Und deswegen finde ich auch gut, dass der Gesetzgeber an einigen Punkten nachjustiert hat. Das ist nicht nur bei der Frage gut. Es wäre bei anderen Punkten auch häufig gut, sich einzugestehen, die Praxis hat uns was gelernt. Ganz wichtiger Punkt. Wir hatten früher von Anfang an, als ich das Gesetz gemacht habe, die Verpflichtung, dass jeder jedes Jahr seine Zulage beantragt. Seit 2005 muss er das nicht mehr. Sondern er kann seinem Anbieter sagen, mach du den Dauerzulagenantrag und er muss sich um diese Frage mit eigener Antragstellung nicht mehr rühren. Entbürokratisierung. Halte ich für ganz wichtig. Trotzdem ist aber wichtig natürlich, dass sich der Anbieter oder der Finanzberater auch darum kümmert. Deswegen ist es wichtig, dass auch nach Abschluss des Vertrages die Dienstleistung beibehalten wird und er sich erkundigt, hat sich bei dir was verändert. Wie können wir dafür sorgen, dass jeder Euro, der dir zusteht, auch tatsächlich kommt? Das halte ich wichtig. Deswegen ist es ein Produkt, das große Vorteile hat. Auch weil es ein Ankerprodukt ist und wenn der Kunde zufrieden ist, ein Produkt ist, das ihn begleitet, sein gesamtes Leben. Aber auch ein Produkt, wo man investieren muss und das zahlt sich aber auch aus. Das ist eine spannende Sache. Das heißt, es macht auch für den Kunden Sinn, jedes Jahr das Thema zu überprüfen und zu schauen, habe ich die richtige Einzahlung geleistet und ist die Förderung letztendlich in dem Maße da, wie ich sie erreichen kann. Klar. Und da treffen Sie wieder einen Punkt, wo die Besonderheit bei der Altersvorsorge ist. Ich würde jetzt mal sagen, die ganzen deutschen Stammtische sind überzeugt, sie sind Rentenexperten. Ich weiß aus vielen Gesprächen, dem ist nicht so. Rente ist ein Thema, das im Bauch liegt, ein Gefühlsthema ist. Aber es ist natürlich komplex. Trotzdem ist es ganz wichtig, weil es ein Drittel des Lebens ganz stark mitprägt, das jemand hat. Und deswegen ist es für die Bürger auch so wichtig, sich damit zu beschäftigen. Und zwar rechtzeitig. Denn wenn man mit 50 beginnt, und da schieben ja viele nach hinten, dann ist es für das Ansparen eines Kapitalbetrags, der wirklich eine Rente bringt, häufig schon viel zu spät. Wenn man früh einsteigt, hat man einen dreifachen Vorteil. Vor dem 25. Geburtstag bekommt man gleich eine Einstiegsprämie staatlicherseits von zusätzlich 200 Euro. Einmalig. Der zweite Vorteil ist, das lange Sparen bringt den sogenannten Zinses-Zinseffekt, den die meisten Menschen unterbeurteilen. Der ist enorm. Und der dritte Vorteil, der noch viel stärker ist, die vielen Jahre der staatlichen Förderung, die man für seine Altersvorsorge bekommt. Insofern ist gerade für Junge und im mittleren Alter Stehenden der Vorteil, rechtzeitig einzusteigen, so enorm. Wissen Sie, Herr Riester, wie viele Menschen in unserem Land noch keine Riester-Rente haben und eine benötigen würden? Ja, das weiß ich nicht. Das weiß niemand so genau, obwohl einige so tun, als wüssten sie es. Wir wissen, wie viele einen Vertrag haben. Wir wissen nicht, wie viele einen brauchen. Da wird dann immer in den Medien gesagt, na, das sind vielleicht 35 Millionen, wenn man so eine Zahl, die da häufig genannt wird. Und das übersieht, dass es natürlich schon einen Teil der Menschen gibt, die aus anderen Bereichen Vorsorge gemacht haben oder relativ gut finanziell dastehen und nicht ergänzende Altersvorsorge brauchen. Ich weiß nicht, wie viele sind es, sind es 10 Prozent, sind es 20 Prozent, aber die müssen wir schon mal abziehen. Und da müssen wir Folgendes sehen, was häufig auch nicht gesehen wird. Ich habe Ihnen vorher gesagt, wenn man im Alter einsteigt, dann wird es schwierig, das Kriminal noch zu bilden. Aber wenn Sie mit so einer Sache neu beginnen, vor zehn Jahren haben wir begonnen, dann haben Sie natürlich viele in diesem Alter. Und viele Anbieter haben dem über 55-Jährigen gar kein Angebot mehr gemacht. Dann haben Sie also 10 bis 15 Jahrgänge, die bei dieser Zählung eigentlich gar nicht in Frage kommen. Das ist aber nur in der Übergangsphase. Es kommt die gute Botschaft, das wird sich Jahr für Jahr erneuern, weil natürlich nicht nur bedauerlicherweise die Menschen ableben, rund 600.000, 700.000 im Jahr, sondern auch 500.000 bis 600.000 neu reinkommen als junge Menschen mit all den Chancen. Insofern ist es so wichtig, sich mit der Frage zu beschäftigen und dafür auch zu werben. Und deswegen bin ich für das Gespräch auch sehr dankbar, weil ich die Möglichkeiten habe, viele Dinge, die die Menschen verunsichern, auch zurechtzustellen. Das heißt, die Listerrente ist ein Produkt für die Zukunft? Das bin ich absolut, für die Gegenwart und für die Zukunft. Man kann an vielen Punkten noch verbessern. Beispielsweise hat mir von Anfang an immer gestunken, dass die Förderungen nur die Rentenversicherten bekommen und die Beamten. Und vielleicht noch die Ehegattin oder der Ehegatte. Aber nicht alle. Schauen Sie mal, die dreieinhalb Millionen Selbstständige, die kleiner Erwerbentreibende sind, Freiberufler sind. Zunehmend Menschen, die aus Arbeitslosigkeit in Selbstständigkeit gehen. Die haben keine Möglichkeit, zusätzliche Rücklagen zu bilden. Es wäre wichtig, die einzubeziehen, auch die mitmachen zu lassen. Also da haben wir noch ein Feld, wo man verbessern, wo man erneuern kann, wo neue Erkenntnisse auch Änderungen bedürfen. Insofern ist das keine Sache, die auf Ewigkeit geschrieben ist. Die Notwendigkeit der Rücklagenbildung, ja. Aber nicht jetzt nur in dieser Form. Herr Rieser, vielen Dank für das Gespräch. Ich habe mich sehr gefreut. Viele spannende Antworten dabei. Und freue mich aufs nächste Mal mit Ihnen. Vielen Dank. Ich auch. Bitte. Danke Ihnen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.